Guten Tag liebe Leute und willkommen zum kleinen rechnerischen Teil von Dragons Profit, denn es geht nämlich um das Thema Kristall, also XP Kristall oder XP Cool oder XP Bonus nennt wie ihr es wollt und die Daily Reset Sache, denn es gibt ja eben diese zwei Items in dem Cash Shop und dort ist zum Beispiel gestaffelt, dass ihr 199 Diamanten ausgebt für eine XP Cool. die 50.000 Sammelt, dann die 389 Diamanten für 100.000 und für 769 gibt es die XP Kugel die 200.000 Experience Sammelt. Mir ist da ein bisschen was aufgefallen, wahrscheinlich auch den intensiveren Dragons Profit Spielern, denn es gibt noch diese Option, dass man die Dailies, man darf leider nur 10 Dailies pro Tag fertig machen, es gibt aber die Option, diese beliebig oft zu resetten, also wieder auf 0 zu steilen, wenn man für 149 Diamanten sich so ein Item kauft. So, jetzt habe ich mir mal gedacht gehabt, ich muss also erst eben die 50.000, 100.000 oder 200.000 Experience Sammeln, um es dann einzusetzen und muss dafür ja ordentlich Kristalle ausgeben. Das geht auch noch etwas kostengünstiger, wenn man das einfach mal durchrechnet. Ich habe mal geguckt gehabt, von den 769 Diamanten für eine 200.000 Kugel können wir uns 5 Mal diese Daily Reset Teile kaufen. Also das heißt, wir können 50 Mal diese Quest absolvieren. Also das ist ordentlich an Experience, wenn man das mal einfach durchrechnet, dass wenn man zum Beispiel einfach mal sagt, dass man eine Daily hat, die 4.100 Experience bringt und die einfach mal 10, das sind 40.000. Ihr bekommt ja eh einmal die Möglichkeit pro Tag dies zu machen. Das sind schon mal 41.000 Experience, die ihr so bekommt und ihr könnt 5 Mal das noch machen, wenn wir das einfach rechnen. 41.000 Experience mal 5 sind wir bei über 200.000 Experience, sogar etwas mehr und die haben wir sofort und müssen uns nicht erst das erfarmen. Und man rechnet das einfach mal mit 4.100 Experience pro Daily. Das ist jetzt natürlich in den anderen Gebieten, wo ich jetzt bin, in den letzten Gebiet, da fehlen mir jetzt noch drei Level und ich bekomme 8.600 Experience für eine Daily. Deshalb lohnt sich da einfach mal diese XP Kugel gar nicht zu kaufen, denn es hat einfach mal einen Vorteil durch diesen Daily Reset. Ich bekomme viel mehr Experience für mein Geld in der Hinsicht. Ich habe mehr Loot und Farm, so kann man es einfach mal sagen. Und wir bekommen ja noch die Extra Währung, die wir ja später einmal ausgeben dürfen, wenn endlich mal der NPC dort reingesetzt wurde. Also hat das doch mehrere Vorteile, wenn man sich da wirklich nur diese Daily Resets für 149 Diamanten kauft, statt diese 200.000 oder 100.000 oder 50.000. Also es geht ja da los ab 199 Diamanten. Ist das doch mal ganz schön Waste of Diamanten oder Waste of Money. Natürlich haben wir Geld ausgegeben, wir werden auch Geld weiterhin ausgeben und wer auch cached, der muss aber mal gucken, weil 769 Diamanten sind eben 7,69 Euro, ja, um 200.000 Experience zu bekommen, ja. Wir machen das einfach so, ja, ich bekomme 80.000 Experience und gebe gerade mal 1,49 Euro aus. Das können wir einfach mal hochrechnen. Müsste ich 2, sind wir bei 3,90 Euro, 98 und dann nochmal sind wir immer noch unter den 7 Euro noch irgendwas. Also wer wirklich in der Hinsicht auch schnell leveln möchte, der sollte sich doch wirklich erst ab einer XP-Rate von der Dailies von 4.000, ähm, solltet sich da wirklich diese Daily Reset Teile kaufen. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Eventuell kann ich es ja nochmal in der Videobeschreibung, äh, in der Videobeschreibung, ja, in der Videobeschreibung, genau, euch nochmal detailliert hinschreiben, meine Rechnung. Aber ansonsten, XP-Kugel lohnt sich nicht, Waste of Money, Waste of Diamanten. Deshalb kauft euch lieber diese Daily Reset, bringt euch definitiv mehr, es bringt euch mehr Geld auf einmal, naja, durch die Abgaberei, ähm, ihr bekommt die zweite Währung, äh, dort auch Recht für den. Und ihr bekommt, ja, einfach mehr Experience dadurch und ich denke mal, das ist der größte Knackpunkt, eben, äh, die Experience und natürlich eben auch das Gold. In dem Sinne, euer Zohaken, Tschüssi. Telotik. Musik. Musik.